Haben wir genug Bier? Ich weiß es nicht. Ich glaub schon. Sieht ok aus oder? Gut. Dann haust du das Rad irgendwo zum Holz oder so. Weitermalen. Wird's wahrscheinlich, wenn du es feiner machst, nur das Nest zerschlagen. Ah guck mal da. Brennt. Schau im Frühstück nach. Ja, nach. Und? Ich glaube? Ja. Frohes Neues. Ja, jetzt. Bier. Schnell. Prost, Schatzi. Wie sie sehen, sehen sie nichts. Das ist voll der Knaller da. Aber. Seh, tut mir nicht viel. Na und, was sind deine Vorsätze fürs neue Jahr? Mehr Bier. Mehr Bier. Gott. Nee, ist er nicht. Ja. 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 Wenn er vielleicht jetzt die Güte hätte sich kaputt zu... Ich hab ihn ja nur am Handy. Wenn du mich immer dann filmst. Ist das schlimm. Ich hab auch am Handy. Ja. Geil. Dieser Ratte hat vor 3 Stunden ein Video hochgeladen. Da hat er eigentlich noch gepennt. Naja. Ja, doch. War eigentlich ganz gemütlich. Außer dass man halt da runtergerutscht ist. Das sind die scheiß Buchrecken. Wenn ich mich nicht bewege... Wann? Dann merkt sie gar nicht, dass ich da bin. Weil sie sich nur wahrnimmt, wenn ich mich bewege. Ja. 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 Zu wenig. Spinnenweben... Dingstens hängt direkt hier oben. Aaaaaaah. Wenn er jetzt genau unter Tee fällt. Irgendwie ist es noch voller wie gestern. Ja, aber leichter wie gestern ist er. Ich sehe, du bist weder begeistert vom Geräusch noch von diesen Kurven. Das ist doch ganz witzig. Jetzt wird es Stahl. Dann nennen wir auch mal Stahl fahren. Endlich. Dann geht's weiter. Also ruhe drin. Dann ist es kacke wenn ich morgens noch so... Oder, dreht direkt... He-deh-deh-deh-deh-deh-deh-deh-deh-deh-deh-deh-deh-deh! Ui, Ui, Ui. da ist gar nichts steh weg lass ein bisschen schleifen dann wird es besser ja ja jetzt treib ich mir so schon drauf hingestellt wie eine alte frau film mal meine schwere last so geht wieder her nur hell mit nur respekt wettertechnischer näher verhalten als start ins jahr los 2019, streng dich mal an, das ist ganz so besser you can do ich glaube an dich ok kriegst du die hin? nicht heute sind deine guten vorsätze hin hast du nicht gestern gesagt mir Bier trinken dann würdest du dich alles trauen hättest du eins haben können haben noch genug jetzt bin ich mal gespannt warum eigentlich immer bei dir? und da musst du rechts lang ja ist angenehm oder? so schöne schöne prise da vorne bei dem schild musst du umsetzen es geht nicht anders ok oh da ist so ein rutschding das ist gar nicht so unkontrolliert unkontrolliert ja stimmt, wenn die Bremse nicht jetzt zeig ich der eigentliche trail da links runter aber da haut nicht so geiles Wetter jetzt fahren wir lieber mal rechts guck das mal an hau schon selber auch im kopf es scheint hoch genug zu sein für die Ommel hehehe mein Bremslein macht äußerst merkwürdige Geräusche bisschen tricky hier wenn es so eng ist warte mal kurz ich muss mal gucken was mit der Bremse los ist ok ok ah ja die ist unten ok Metall Metall es ist mal wieder ja es geht ja noch macht ein komisches Geräusch und die Scheibe geht am Arsch viel Spaß hier sieht es nicht so laubig aus gib Gas was war das? ein Stopp-Shit Stopp-Shit? ne pate gut das ist genau das richtige für dich wir verabschieden uns hier gleich weil die GoPro sei gleich sagt Akkuleff genau das richtige steil und glitschig da lernen wir vielleicht Fahrrad fahren da fährst du drüber jah da fährst du drüber das nächste mal nehmen wir die säge mit und dann machen wir sie alle weg wie darfst du dann wegsägen? genau habe ich noch eine einzige bremsen die funktioniert? ich weiß es nicht siehst du noch was? ist das auge noch ganz? wir sind jetzt irgendwie rüber auf diesen forstweg da links weiß nicht genau irgendwie muss es gehen da kommen etwas größere absätze happy new year happy new year happy new year same procedure as every year happy new year happy new year so oft guck ich das nicht naja auslichterungsfahrt vollendet freut sich wieder ins warme zu kommen ja happy new year das ist definitiv wo